Herzlich willkommen in unserer Küche. Mein Name ist Ben. Heute haben wir einen Linsen-Burger mit Sam-Sauce. Hast du schon mal Linsen-Burger gegessen? Ja, aber mit einer leckeren, einfachen Sam-Sauce. Heute mag ich die Burger mit vielfältiger Konsisten. Das ist ein wunderschöner Burger. So, machen wir anfangen. Linsen habe ich schon gewaschen. In dem Wasser aufkocken und den Heat reduzieren. Kartoffeln schneiden. Mit Sojasahne fein pürieren. Pürieren Kartoffeln, das Hieft für diese Burger zusammenbinden. Linsen, fertig geguckt. Dazu. Paneermeer. Pekanuss habe ich gehabt. Das ist so konsistent, wenn du esst, ein bisschen wie Fleisch. Thymere, frisch Thymere. Das schöne Aroma. Kreuzkümmel. 11 Flocken. Eine Prise Gallienpeper. Ein bisschen Tamari. Noch Salz, Pfeffer, Würze. Und fette die Sili. Fein hacken. So, etwa drei Essenlöffel. Alles zusammen gut vermengen. Probieren. Wow, so lecker. Jetzt kann man Formen machen. Mit dieser Formen machen, besser mit nassen Hand. Hier kann man vier Stück machen. So groß, lebens sie lange und fliehen. In der Geschmacken. Woidschern kann man vier Stück machen. Und dann lau mit zwei rapporten. Hier können wir fressen kuchen. Veins sie unteren. Wir machen die Säße wieder. Säme, Bakasofi und Yakon-Shirup. Alle zusammen gut vermengen, erwärmen, nicht so einfach, fertig. Ein bisschen Salzpeperwürze. Zusammen vermengen und aufkorken. Schöne Säme-Sauce. Sehr kompliziert, oder? So lecker! Essen! Ein so leckerer Burger! Wenn ich nicht gesagt, dass es eine Vegan ist, niemand weiß! So genau wie... So lecker! Probieren Sie dieses Rezept! Ganz einfach und so lecker! Vielen Dank für Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!